Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Türchen eures kreativen Adventskalenders. Wir sind zehn YouTuber und wir haben uns zusammengeschlossen, um für euch jeden Tag in der Adventszeit ein Video bereitzustellen. Jedes Türchen ist ein Video und darin findet ihr ganz verschiedene Ideen, Hauls, Do-It-Yourselfs, Planner-Setups, um euch ein bisschen die Adventszeit zu versüßen. Ich verlinke euch die YouTuber, die daran teilnehmen, in der Infobox sowie auch die Playlist, unter der ihr euch alle Türchen, alle 24 Türchen anschauen könnt. Oder ihr abonniert einfach jeden YouTuber, den ich euch in der Infobox verlinke und dann erscheint jeden Tag automatisch ein Adventskalender-Video in eurer Abo-Box. Heute gibt es von mir einen Christmas Tag, also einen Weihnachtstag und ich beantworte für euch ein paar Fragen rund um Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und jetzt geht's los. Frage Nummer eins lautet, welche drei Begriffe verbindest du mit Weihnachten? Also Weihnachten verbinde ich die Begriffe Geburt von Jesus, Bethlehem, dann als zweiten Begriff Besinnlichkeit und als dritten Begriff Lichter, Lichterschein vielleicht. Gut, die zweite Frage, zieht in deinen Planer ein extra Weihnachtssetup ein oder gestaltest du es eher neutral? Also ich hatte in den letzten Jahren schon immer ein Weihnachtssetup, so mit allem drum und dran, weihnachtliche Paperclips, weihnachtliches Dashboard, teilweise habe ich mir sogar Papier für die Weider bestellt. Und habe auch die linke Seite im Filofax mit den Taschen sehr weihnachtlich gestaltet. Jetzt bin ich ja mittlerweile im Bullet Journal, auch da habe ich ein weihnachtliches Dashboard. Und ich glaube, da kommt später noch eine Frage, ich zeige euch die dann einfach mal ein bisschen. Wie magst du deine Weihnachtsdekos? Kitschig, klassisch rot-grün oder eher elegant? Also auch das ist bei mir jedes Jahr verschieden. Also ich habe sehr oft rote Kerzen oder auch rote Weihnachtskugeln mit Strohsternen zum Beispiel. Aber ich habe auch schon alles mögliche andere ausprobiert. Ich hatte schon einen weißen, weiße Deko, weiß mit so vereisten hellblauen Kugeln. Letztes Jahr hatte ich pink, rosa und dann hatte ich auch schon Aprikot. Aber immer wieder kehre ich eigentlich zu rot, beziehungsweise rot mit Strohsternen zurück. Es ist halt klassisch und es gefällt mir eigentlich immer wieder. Ich habe so schöne dunkle kirschrote Kugeln und das kommt bei mir eigentlich so alle zwei, drei Jahre wieder dran. Und dazwischen habe ich dann immer mal ein bisschen was ausgefalleneres. Ich blende euch mal ein Foto ein von meinem aktuellen Adventskranz, den ich diesmal ganz ohne Tannenzweige gemacht habe, weil mein letzter, also letztes Jahr hat so fest genadelt, dass mich das ziemlich genervt hat. Und dieses Jahr habe ich also einen gemacht ohne Nadeln. Und das ist auch mal was ganz was anderes. So, vierte Frage, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Und dazu kann ich euch mal eine Seite in meinem Bullet Journal zeigen. Ich muss die Seite mal ganz kurz suchen. So, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Also, mein absoluter Lieblingslieblingslieblingsfilm, den ich mir auch tatsächlich jedes Jahr angucke, ist Tatsächlich Liebe. Den kennen bestimmt alle von euch. Also, das ist so ein Episodenfilm. Die Geschichten sind aber alle irgendwie miteinander verbunden. Es spielen ziemlich viele bekannte Schauspieler mit. Ja, also ich denke, man den kennt jeder von euch. Als zweites Lieblingsfilm schaue ich eigentlich auch jedes Jahr an Haselnüsse, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich glaube, auch den kennt jeder. Der läuft auch Weihnachten rauf und runter in den Fernsehprogrammen. Und welchen ich auch noch sehr gerne anschaue, ist ein deutscher Film. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt, aber sehr, sehr lustig. Der heißt Single Bells und da geht es eigentlich darum, dass eine Karrierefrau an Weihnachten sich von ihrem Freund trennt und dann ganz klassisch mit ihrer Familie in den verschneiten Bergen feiern will. Und da alles schief geht und ja, der ist einfach ziemlich lustig und den schaue ich mir immer wieder sehr, sehr gerne an. Es gibt aber noch ganz viele andere Weihnachtsfilme, die ich mir gerne anschaue. Also, aber das sind so meine drei Liebsten. Frage Nummer 5. Zeige dein Weihnachts-Dashboard, falls du eines hast. Wie integrierst du Weihnachten in deinen Planer? Das ist mein, das ist mein Dashboard oder meine Startseite, die jetzt aktuell im Bullet Journal, nicht ganz so weihnachtlich, aber auf alle Fälle winterlich. Und so ein bisschen Weihnachtsfeeling kommt durch den kleinen Schneemann mit der Weihnachtsmütze denke ich auch zustande. Und ich habe eine ganze Reihe von Weihnachts-Dashboards, die ich euch aber auch noch zeigen kann, aus den letzten Jahren. Dazu blätter ich euch die einfach mal durch. Also, das hier war ein Weihnachts-Dashboard. Dann das hier ist so ein gedudeltes Weihnachts-Dashboard. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr in meiner rosanen Kate gehabt. Dann das hier ist ein Weihnachts-Countdown. Den hatte ich, ja, auch irgendwie vorletzten Jahr, glaube ich, vor zwei Jahren. Da kann man dann mit so kleinen Sternen einfach jeden Tag dann abkleben, bis der 24. erreicht ist. Das ist ein weihnachtliches Shaker-Dashboard, das ich mal von der Kerstin bekommen habe. Ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her. Und ja, das habe ich selber einfach mal gemacht. Und ja, das war es an weihnachtlichen Dashboards. Also, da bin ich schon immer jedes Jahr mit dabei und mache ein Weihnachts-Dashboard. Dann, wie integrierst du Weihnachten noch in deinen Planer? Also, ich mache natürlich weihnachtliche Dekos in den Weihnachts-Wochen, also in den Advents-Wochen. Und auch da kann ich euch vom letzten Jahr meine Wochen aus dem, ja, damals noch Filofax zeigen. Da habe ich auch immer weihnachtlich dekoriert. Also hier zum Beispiel mit einer, das war die Nikolaus-Woche, da habe ich diesem La Dolce Vita-Mädchen damals so eine Weihnachtsmütze aufgesetzt und so eine kleine Wunschliste mit in den Planer integriert, also die Wunschliste von meinen Kindern. Dann, diese Woche, wo wir dann den Baum geholt und aufgestellt haben, mit den Weihnachtssocken, hat mir auch sehr gut gefallen. Und das war dann die Woche, in der tatsächlich dann Heiligabend war. Die habe ich dann so ein bisschen goldig gemacht, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und gut, das ist dann nicht mehr so wirklich Weihnachten, also da war dann so eine Mischung zwischen Weihnachten und Silvester in dieser Woche. Ja, also das war im letzten Jahr. Für dieses Jahr habe ich noch keine Weihnachts-Dekos, weil im Bullet Journal plant man ja von Woche zu Woche. Frage Nummer 6, was ist dein Lieblings-Weihnachtssong? Also mein liebster Weihnachtssong ist, ja, ziemlich kitschig und ziemlich abgenudelt, aber ich höre immer noch gern Last Christmas zu Weihnachten. Und genauso gerne höre ich Feliz Navidad. Und meine liebste Weihnachtscd ist diese hier, die höre ich also Weihnachten immer rauf und runter. Die ist von Michael Bublé und heißt einfach nur Christmas. Und ja, da sind ganz viele bekannte Lieder, die er einfach nur interpretiert hat. Die CD ist, glaube ich, schon ein paar Jahre lang auf dem Markt, aber für mich einfach meine liebste Weihnachtscd. Und die kam ich jedes Jahr wieder raus. Und ansonsten höre ich auch gern Weihnachtssender im Radio. Also ich liebe Weihnachten und ich genieße das auch. Frage Nummer 7, trinkst du in der Weihnachtszeit lieber Tee, Kakao oder Glühwein? Also Kakao trinke ich eigentlich relativ selten. Da muss ich wirklich Lust drauf haben. Und da mache ich mir dann meistens warme Milch mit eingerührter Nutella. Also das schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Wer das noch nicht probiert hat, einfach Milch heiß machen. Und dann einen, ja, großen Löffel Nutella einrühren in die heiße Milch. Löst sich dann komplett auf und schmeckt sehr schokoladig, nussig. Also so, ja, wie Nutella eben. Also das trinke ich ab und an, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Glühwein trinke ich eigentlich nur auf den Weihnachtsmärkten. Oder wenn ich weihnachtliche Einladungen, ja, wenn ich Weihnachten, also zu Weihnachten jemand einlade und wir so eine kleine Weihnachtsfeier oder Party zu Hause machen, dann mache ich Glühwein und dann trinke ich den auch. Aber für mich muss es irgendwie kalt draußen sein und dann trinke ich ihn ganz gern, aber nicht in der Wohnung. Also da trinke ich dann momentan sehr gerne Tee. Ich habe eine neue Teemarke für mich entdeckt. Die habe ich in meinem letzten Video schon gezeigt. Das ist diese Teemarke. Die kommt aus England, heißt Kappa. Und ich habe die entdeckt beim DM. Da gibt es ganz viele Sorten. Ich habe jetzt, glaube ich, drei mitgenommen. Und ja, die schmecken mir ganz gut. Also die Engländer können halt, können halt Tee machen. Also die haben da halt Erfahrung damit. Und ich finde die sehr lecker. Also wenn ihr die mal seht beim DM, ja, die kann man wirklich gut trinken. Und ich finde die Verpackung total schön. Und da trinke ich momentan abends ganz gern mal eine Tasse. Nächste Frage. Hast du in der Weihnachtszeit ein bestimmtes Ritual, das du jedes Jahr machst? Ja, also ich habe ganz viele Rituale, wie, glaube ich, jeder zu Weihnachten. Also die Weihnachtsmärkte besuchen, einen Adventskalender basteln, einen Adventskranz basteln, Plätzchen backen, Weihnachtslieder hören, auf den ersten Schnee warten, mit den Kindern Weihnachtsbasteleien machen oder ein Lebkuchenhaus. Haben wir jetzt die letzten Jahre auch immer gemacht. Also da gibt es ganz viele Rituale, die für mich zu Weihnachten dazugehören und ich zelebriere die auch gerne. Und ja, die gehören für mich einfach zu Weihnachten irgendwie dazu. Frage Nummer 9. Plätzchen backen oder kaufen, deine Lieblingssorte? Ja, also ich backe Plätzchen mit den Kindern. Allerdings bin ich kein großer Fan vom Plätzchen backen. Also ich bin kein Mensch, der 15 verschiedene Sorten backt. Und da Spaß dran hat, ich mag es nicht, weil es einfach eine ziemliche kleine Matscherei immer bei mir ist. Und ich habe tatsächlich auch schon Plätzchen gekauft, wenn ich Besuch erwartet habe und ein paar mehr Sorten haben wollte als die zwei, die ich immer mache, habe ich auch schon Plätzchen gekauft. Ansonsten habe ich mich immer darauf verlassen, dass ich von meinen Schwestern oder meiner Mama ein paar Sorten abstauben kann. Weil ich esse Plätzchen sehr, sehr gerne, aber ich backe sie halt nicht gerne. Das ist halt das Problem. Und meine Lieblingssorte sind eigentlich Spitzbuben. Das sind zusammengeklebte Plätzchen. Und innen drin befindet sich Johannisbeermarmelade. Und es muss Johannisbeermarmelade sein, sonst sind es keine echten Spitzbuben. Und obendrauf ist Puderzucker. Also das sind meine Lieblingsplätzchen, aber ich habe die noch nie selber gemacht. Ich habe mich da immer beschenken lassen. Frage Nummer 10 und somit auch die letzte Frage. Wünschst du dir zu Weihnachten von deinen lieben Planerzubehör? Also, eigentlich wünsche ich mir kein Planerzubehör, weil dann müsste ich konkret sagen, was ich möchte. Und dann ist es keine Überraschung mehr. Dann kann ich es mir auch selber kaufen. Also, von dem her, ich lasse mich immer gerne überraschen. Weil das einfach viel mehr Spaß macht beim Auspacken. Und deswegen wünsche ich mir zu Weihnachten eigentlich kein Planerzubehör. Weil ich dann wahrscheinlich nicht das bekommen würde, was ich gerne hätte. Weil meine Familie, mein Mann oder auch sonst meine Familie kennt sich mit dem Thema gar nicht aus. Und wenn sie mich da überraschen wollen würden, würde das wahrscheinlich gar nicht meinen Geschmack treffen. Deswegen, ja, weil ich gerne eine Überraschung habe, wünsche ich mir da nichts. Und wünsche mir Planerzubehör dann eher zum Geburtstag oder so. Ja, das waren meine Fragen. Jetzt habt ihr mich eigentlich kaum gesehen. Dafür meine Kerze. Und ein paar Seiten aus meinen Büchern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und, ja, schaut euch unbedingt auch die anderen Adventstürchen-Videos an. Von mir kommen auch noch zwei. Und, ja, lasst euch einfach überraschen, was die anderen YouTuber für euch vorbereitet haben. Es wird auf alle Fälle alles etwas weihnachtlich sein. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Adventszeit. Einen wunderschönen ersten Advent. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.